Herzlich Willkommen zur Reiterfahrtkarte EGMO Thüringen. Ich hatte zum Kloster einen Abplatz gehabt. Nun haben wir das Feld wieder bestellt teilweise, aber den Rest machen wir gleich. Bei der Abgabe des Fahrzeuges saß ich oben im Fahrzeug drinnen und dann ist er abgestürzt. So, jetzt mal ganz kurz häckseln. Das meiste jedenfalls ohne dass der Abfahrer fährt. Die Lenkung ist immer deaktiviert. Ist ja immer so, ne? Nehmen wir das meiste hier mit. Den Rest ist auch egal. Ist ja da nicht. Mal ganz kurz abfahren und ein bisschen umstellen, damit er trotzdem noch abladen tut. Weil ich möchte das hier mit Kursplett nicht mehr anfangen zum Schluss. Das gibt hier nur Probleme. Ich stelle mal hier so in der Mitte rein. Oh, dann hat sie das hier. Uh, war der Kitzel. Ja, die Fahrzeuge gehen mir jetzt ab. Die Anhänger sind auch leer. Die anderen beiden habe ich gerade gesehen. Und dann kann ich nun, dass ich aus den Hexte ausgestiegen bin, abgeben. Aber erstmal den Rest nur abheckseln. Also hier weg damit. Ob man das entsprechend alles schön speichern kann. Also den Aufwarten möchte ich jetzt nicht betreiben, jetzt extra normal hier nebenbei zu fahren. Das heißt, den Rest Silo verdichten und den Rest dann zudecken. Und reinfahren noch vor allen Dingen den Rest. Das ist ja auch noch ganz, ganz wichtig. So, fertig. Auf die Maus. Und dann steigen wir aus und geben die Fahrzeuge ab bis auf die Schaufel. So, das heißt, ausmachen, aussteigen. Richtig. B, Garage, Fahrzeuge, Anhänger, zurückgeben. Okay. Nächsten Anhänger. Zurückgeben. Okay. Schaufeln nicht. Jetzt den Glas. So. Steigen wir hier ein. Und fahren den letzten Dinger zurück. Das sind immer noch nass, die Felder. Das heißt, wir werden uns hier im Flug starten und entsprechend hier flügen. Beziehungsweise Flugersatz ist nicht mehr oder weniger. Das war ja eh klar, dass immer nicht alles gemacht wird, aber gut, das war jetzt. Nun muss das Fahrzeug weg. Jetzt können wir die Fahrzeuge nehmen und flügen. Ja, ist halt so, ne? So. So. Den Rest, das können wir gleich, das ist günstig, dass der auch sammeln kann. Das heißt, wir werden hier gleich mal ein bisschen sammeln. Dann brauchen wir nicht mit dem Radlader uns quälen. So. VW und aufnehmen. Das geht nämlich leichter, wie mit dem Radlader. Wir kriegen mehr mit, ne? Natürlich schlucken, weil das so viel ist, ne? Aber gut. Das ist ja einmalig, ne? Das geht nicht ganz einfach. Ja! Das ist ja mal hier. mal raufkippen soo streiken i raus damit nach hinten noch rüber fahren was sonst kennen wir auch nicht eines mal kurz den doch bitte wegnehmen ein bisschen Platz schaffen und den können wir auch nicht abgeben sobald wir das zugemacht haben so jetzt vorne den Rest kann ich suchen musst du möglichst viel aufnehmen nicht alles unbedingt aber halt sehr viel andere soo 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 und sie haben drei taktoren frei soo 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 dann ist er ruhig rum und fahren wir in die größte Runde soo 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 Germany nicht viel einmal sowja relativ kleines Feld und gerste äh Quatsch, ja Gerste zweimal äh Feld 12 haben wir voll zu ernten und die 41 glaube ich hier rum fahren wir so rum und fahren vorne rauf oh hier haben wir vier geht auch noch was rum aber halt nicht so viel fahren wir rauf fahren junge das hält sich besser wenn er fährt ja gut könnte man zumachen ne aber gut in dem Fall ist egal man könnte auch mit Gras drehen und sammeln lassen das geht auch geht vielleicht sogar besser als mit ein Häcksler das wäre auch eine Option dann mal noch dampf viel rein zu fahren also 100% muss es ja gar nicht sein nur die groben Züge halt ne da vorne die Spitze dann mit dem Radlader weg weil sobald ich rauf fahre kommt hier so wie das hin so nehmen wir hoch nach vorne noch den Rest da sind wir mehr runter sammeln hier ist natürlich extrem viel hoch aufnehmen kann hier waren alle fahrzeuge im weg ne wer war das wohl wieder ne so 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 das soll es für heute gewesen sein mal eine normale Folge nicht mehr so dann sage ich immer tschüss und winke tschau den Rest machen wir gleich weiter ja vielleicht sieht man sich dazu nicht tschüss ich lache ich lache schon.